Was zu schreckt, haben wir noch dazu. Die machten Konversationen. Meinen Sie, ich wäre bei denen zu Wort gekommen? Die haben mich überhaupt nicht beachtet. Christa und meine Damen, wie geht es denn so? Sehr, der Kollege, ich danke Ihnen sehr. Mir geht es gut, mir geht es gut. Ach, mir kann nicht. Ach, mir kann nicht. Und dann geht es los. Wozlos, 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 wacke. Was soll ich mir für den Geist im Vorst Floch dem Singen jeden Tag? Jeden Tag. Wozlos, 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 wacke. Jeden Tag. Ach. Und dann die Kollegin. Ich habe es bemerkt, es hat auch mein zweites Finale, sie sagt mir zu tief. Ja, ich habe es bemerkt, es hat auch mein zweites Finale, sie sagt mir zu tief. Es kommt ganz entsetzlich. Ja! Da braucht man ein Hebel zu sagen, sie, liebe Kollegen, sie hören es sich auch. Nein! Es ist aber auch viel zu tief. Nein, nein! Ja, ja! Nein, nein! Ja, ja! Nein, nein! Ja! Das muss man auch hören, die Hebel, sie zu lassen, zweites Finale, zu tief. Ja, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Es ist aber auch viel zu tief.